so freunde willkommen zu diesem video es ist jetzt ein paar tage her und ich habe mir so mein erstes urteil über die drachen festung das drachenspiel in empires and puzzles mal gedanken gemacht und ich bin zu dem entschluss gekommen dass ich dieses spiel nicht großartig verfolgen werde manche manche gehen hier schon volle pulle rein ich gehe gerade mal rein um was einzusammeln man sieht hier mein fisch ist voll ich habe keine verwendung dafür den irgendwie einzusetzen weil ich nicht beschwöre und keine drachen leveln kann wo ich das dann einsetzen könnte ich sammle jetzt hier gerade 610 brauche ich oder kann ich maximal 571 brauche ich hier darauf sammle ich jetzt gerade der rest vergammelt irgendwo also ich baue einfach erstmal und der rest ist mir mir völlig egal ja durch die ganzen freien münzen habe ich es jetzt tatsächlich geschafft eins zwei drei vierer zu kriegen ja und so sieht es halt hier aus also das einzige was ich gelevelt habe ist sting auf level 19 mehr habe ich nicht gemacht weil kein interesse also wirklich ist es ist es ist so das spiel läuft so bei mir als würde ich irgendwie auf der straße gehen und neben mir fällt ein blatt vom baum da habe ich vielleicht noch mehr interesse daran weil ich mir denke oh kommt jetzt der herbst oder so aber das interessiert mich null also wirklich ich hänge hier immer noch verwende ein kampfgegenstand ja könnte ich irgendwann mal machen ja aber irgendwie weiß ich nicht habe ich überhaupt einen kampfgegenstand ich habe gar keine ahnung ja also da sieht man das interesse ist so ist wirklich null da natürlich will ich jetzt hier keinem schlechtreden oder sowas aber es ist natürlich auch so eine sache ich habe auch wenn ich ehrlich bin überhaupt gar keine zeit also wirklich gar keine zeit mir jetzt die ganzen helden ich meine ich kenne sie aus der beta aber ich habe nicht in der beta auswendig gelernt was sie alles können ja so jetzt müsste ich hier wieder reingehen so der macht schaden und genauigkeit okay super das hier ja und den habe ich zweimal gekriegt ist ein heiler ist natürlich auch schön hilft mir natürlich auch gut um kampagnen zu schaffen und sowas und heiler hier ja habe ich mir durchgelesen war schon wieder viel text aber ist egal habe ich mir gedacht gut okay ist eine schicke sache fertig tatsächlich unterstützungsfähigkeit und geist habe ich mir so noch gar nicht angeguckt die unterstützungsfähigkeit wird man hier mal gucken so da sieht man kann man jetzt schon kann man ausbauen das ist dann das was wir dann hier in dem in einem anderen spiel haben ja wenn wir jetzt einfach mal hier von mir aus irgendein level machen das ist völlig egal so wir sehen hier ist der ist der drache hier können wir jetzt einen anderen drachen auswählen aber jetzt nehmen wir wem war ich denn jetzt gerade ist auch eigentlich egal oder sieht man hier geist geist werte boni werden den grundwerten aller helden im aktuellen team hinzugefügt so jetzt kriegen die noch durch das ding hier noch ein paar bessere werte können natürlich auch eher den hier nehmen weil der hat höhere werte weil er vier sterne ist so wenn der dann fertig ist dann oder wenn der im kampf am start ist dann kann man da drauf drücken dann löst man das aus das kenne ich auch von gemstone da sind auch drachen dabei als als support die dann bestimmte dinge machen sei es beim gegner brand schaden oder in dem fall da ist es dann so widerstand und runter setzen das heißt dass da status effekte einfacher anführungsstrichen einfacher gesetzt werden können sowas halt alles ne so und das kann ich jetzt machen jetzt habe ich den da ausgerüstet so jetzt speichern wir das mal so und dann kann es jetzt wieder hier hingehen das einzig coole was ich hier finde ist dieser übergang das muss ich das einzige was ich sagen muss ne so und da das wäre jetzt die sache die man jetzt hier im endeffekt äh verbessern sollte weil die wirkt sich dann auf das farmen in den anderen in dem anderen spiel aus so aber das wirkt sich halt wirklich nur aufs farmen aus also das hat keinen einfluss auf events pvps kriege firme alle sachen die competitive sind so das da kannst du von ausgehen das hat jetzt noch keinen einfluss ich bin fest davon überzeugt dass das irgendwann so sein wird weil irgendwann werden auch wahrscheinlich noch mehr leute so den anfangshype hier ähm dann überstanden haben und dann auch kein interesse mehr haben vielleicht auch nicht ja weiß ich nicht aber ähm das wird dann darauf hinauslaufen dass die dann sagen so jetzt kannst du den auch ich sag mal reicht ja schon wenn du in der im krieg in der offensive nehmen kannst oder in der defensive noch schlimmer in der defensive und äh dann werden alle loslegen und die drachen äh leveln damit sie dann im anderen spiel eine krassere defensive haben ich bin felsenfest davon überzeugt dass das irgendwann kommen wird ich bin froh dass es ähm geändert wurde das war ja am anfang der plan dann haben sie es aber umgeändert haben gesagt nee nur so in in karten etappen und da ist das ein gut eine gute sache für spieler die ein bisschen kleiner sind können die vielleicht durch den durch den etwas besseren drachen haben die halt bessere werte im anderen spiel mit den helden und können vielleicht ein zwei etappen besser schaffen das ist vollkommen in ordnung da habe ich absolut nichts nichts dagegen ähm ja und dann siehst du halt hier die unterstützungsfähigkeit kannst du halt hiermit aufleveln haben wir hier das höchstlevel ja gut ist 10 ok alles klar ähm genau das musst du hier aufleveln und dann haben wir hier noch den den geist praktisch das ist halt dieser der bonus den kann man jetzt auch noch aufleveln äh kann durch aufstieg und vollständiges aufleveln des drachen noch erhöht werden so das heißt einfach den drachen leveln ganz einfach aufleveln sagt besser hier immer ist das dann 480 und dann äh kommen die kommen die sachen damit schon dann geht das schon so ich werde keine drachen besprechungen machen von den helden weil im endeffekt ja kannst du alles was die hier machen eins zu eins auf andere helden bei uns in empires ummünzen die ich wahrscheinlich schon besprochen habe ja also wenn wenn man jetzt hier mitkriegt äh alle gegner leihen 2650 gift schaden über 5 züge so das einzige was hier halt anders ist das sieht jetzt nach sehr viel aus aber in relation zu denen was die sowieso schon an werten haben muss man das halt immer so ein bisschen ähm gucken wir wie das dann ist ne oder hier alle gegner halten minus 1 20 prozent mana regeneration für 5 züge so da wissen wir aus dem hauptspiel wenn irgendein held da mana regeneration über 5 züge macht dann ist das prinzipiell schon mal gut ja wir sehen aber auch langsames mana so das sage ich bei langsamen mana immer ja eher für rush hier haben wir nichts mit rush also kannst du eigentlich eher langsame drachen womöglich erstmal hinten anstellen weil die werden halt nicht wirklich schneller und brauchen halt dementsprechend ihre zeit alle gegner halten minus 825 verteidigung gegen spezialfähigkeiten ja und da freue ich nichts zu sagen da kann man sich schon denken dass das eine gute sache ist wenn man da specials drauf feuert ne also das das wiederholt sich ja alles die können ja hier nicht irgendwelche ganz krassen neuen innovativen ähm specials machen die wir noch nie gehört haben das heißt in irgendeinem punkt werden diese ganzen helden mit ihren specials auf andere helden in empires äh umgemündet werden können ja hier ein heiler ja was soll ich dazu sagen ein heiler der ein attack abgibt und schmelzschild für 5 runden so dann klickst du hier drauf schmelzschild immer wenn der besitzer diese statuseffekts direkten schaden durch eine gegnerische spezialfähigkeit nimmt erleidet der angreifer 1100 brandschaden für 5 züge aber wir wissen das langsam also erstmal wieder nicht gut eiler gibt attack ab und dann kannst du denken okay wenn der schmelzschild auch noch da ist das ist eine nette sache 1100 brandschaden für 5 züge ja warum nicht ganze machen ne das ist halt klar kann man alles irgendwie in in relation bringen das ding ist jetzt natürlich wenn jetzt neue spieler kommen ja neue spieler kommen die ähm wird sagen äh ok jetzt empires habe ich bock zu oder sind drachen drachen finde ich aber interessanter als als die helden da in ich nenne das eine empires und das die drachen also ist aber egal und das ist natürlich dann so ein ding ähm die die stehen halt dann wieder ochs vorm berg und wissen nicht was sie tun sollen ja das problem ist aber ähm dass ich dadurch dass ich hier an dieser an den drachen wenig bis gar kein interesse habe da halt auch nicht dann so drin bin wie bei den helden also sprich wenn jetzt irgendwann ein neuer drache kommt der super in der kombination mit äh mit 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 ding ist zum beispiel so denn die wahrscheinlichkeit dass ich das nicht in relation zueinander bringe dass ich sage ja hier der und der die passen da gut zusammen ist relativ hoch weil es mich nicht interessiert ja und ähm deswegen weiß ich nicht ob das dann so ähm ergiebig ist ob das zielführend ist wenn ich dann äh einfach da so ein bisschen sage ja der helde ist da ganz gut und hier und da und dort bei empires kann ich wenigstens noch sagen ja der helde ist gut der macht das den kannst du super mit held a b c d e f g kombinieren hier sage ich dir ja der helde ist ganz gut so fertig ja nein was dann so der ist gut ja geil naja das ist halt nicht mein anspruch und deswegen ähm ja werde ich die drachen ähm prinzipiell nicht wirklich verfolgen nicht wirklich machen das einzige was ich hier machen werde ist die festung bauen alles soweit bauen hier karte ich habe jetzt mit ach und kracht das erste level hier so mal so gespielt weil ich wirklich lange weile hatte ähm ja was ist das hier rette die drachen drachen junge sind in die nacht entflohen rette sie sehr einfach ja mal gucken wie weit ich da mit meinen fanausen hier komme können wir einfach mal machen die anderen level werde ich eh nicht schaffen das weiß ich halt jetzt schon weil äh also mit den helden ein sehr schweres level zu machen ähm relativ unwahrscheinlich ach das hier geht ja relativ also diese dinger hier die helfen natürlich massiv ne das das muss man ja mal sagen das ist ne gute sache dass du da so brutalen schaden machen kannst kannst ja teilweise eine komplette seite direkt zerstören aber ich weiß noch nicht mal was die alle jetzt hier wirklich machen ich feuer da einfach mal drauf im zweifel immer den anvisieren den man killen will war ne gute sache so ja yippie yippie war jetzt natürlich auch zweifache geschwindigkeit ne so feenstaub guck mal 3 sterne werte hab ich gar keine ahnung was ich mit dem mache ne ja gegen feen sind selten aber manchmal findet man ihren staub in mystischen wäldern ok ja es ist schön dass man das da findet aber es interessiert mich nicht ich habe ich habe einfach keine lust mir das ganze nochmal von vorne anzueignen weißt du du bist sowieso schon überfordert was was empires an sich da jeden tag fabriziert mit neuen helden und hier und da und dort da habe ich nicht noch zeit mehr eine neue komplette welt anzugucken es ist schön dass sie das gemacht haben aber für mich absolut nicht ich war am anfang habe ich mir gedacht okay könnte ganz interessant werden aber weißt du was mein mein brutaler stimmungskiller tatsächlich war und das ist jetzt halt auch kein scherz diese 20 beschwörungen wo ich 20 mal dreier gekriegt habe das hat echt meine stimmung gekillt muss ich sagen und das war auch der punkt wo ich mir dann gesagt habe brauchst du nicht brauchst du nicht und was dann auch die stimmung so ein bisschen gekillt hat ist also dann ich meine ich wusste es ja es war ja nicht schwer dahinter zu kommen aber als ich dann gesehen habe wie die leute da schon ballern da habe ich mir halt auch gedacht okay leute ihr gebt da schon wieder sowas von gas als würde es kein morgen geben ne da war ich halt auch schon fertig damit hab ich mir halt auch gedacht gut die ballern da jetzt alle also so richtig ja guck ich meine guck dir das leaderboard an die leute die sind teilweise sind die verrückt was da schon was da schon an geld drin steckt ja das hat das ist das ist wahnsinn außer die haben halt alle viel mehr schwein als ich und ähm haben halt auch sehr häufig irgendwie einen helden bekommen ne das kann natürlich auch sein ein paar beschwörungen machen und alles alles voll haben aber ja das ist wahrscheinlich ganz nett hier wenn man nicht noch das andere spiel hätte und mal ich muss ja auch dazu sagen ähm das ist ja jetzt auch nicht so dass wie bei den bei den anderen die jetzt da so im leaderboard da oben sind äh dass ich jetzt da so die die krasse motivation habe hier so richtig richtig durch zu ballern so weißt du ich ich habe mehr bock auf auf empires auf das andere und ähm ich habe halt nicht die muße schweige denn auch natürlich will ich das geld dafür nicht einsetzen hier jetzt auch direkt durch zu starten und hier auch voll mit vorne dabei zu sein das geht nicht also da musst du wirklich schon extrem viel geld haben oder ganz niedrigere prioritäten was andere sachen angeht dann kannst du das vielleicht machen auch da will ich es natürlich keinem absprechen na klar jeder macht es so wie er meint und möchte aber für mich ist es halt nichts ich bin schon überrascht dass ich hier so weit komme tatsächlich hätte ich nicht gedacht aber sieht ja prinzipiell eigentlich hier ganz gut aus vielleicht können wir diese quest ja sogar abschließen das wäre ja ein ding oh lass mal machen komm wir probieren das mal ja ist alles schön zu da kriegen forderns ok gucken wir mal ich weiß noch nicht mal was die hier machen die balliste die macht schaden aber was das hier für ein für eine feder ist habe ich keinen plan deswegen ihr könnt mich jederzeit gerne fragen wenn ihr Fragen zu den drachen habt aber ich weiß nicht ob ich der perfekte mann bin ja also das zielgerichte ausschalten ist hier auch bei das ist natürlich schon mal schön äh zu wissen das funktioniert auf jeden Fall hier auch ok ein 3000er auto attack alles klar gut hier ist wahrscheinlich meine Reise zu Ende bei dem Level wenn ich schon in der ersten Welle äh zwei Helden verloren haben ok ja gut ähm ja soll es so sein weiter werden wir dann hier nicht äh kommen aber auch hier das ist es ist mir eigentlich auch egal na also ich hab ähm und das ist so das Problem diese Gleichgültigkeit ähm auch im im Hauptspiel so wenn du wenn du siehst ok du du kannst halt einfach nicht gewinnen weil das Board halt andere Pläne hat es es geht in Gleichgültigkeit über und das ist eine Sache die ist nicht gut ja ähm von daher will ich hier auch dann gar nicht irgendwie viel viel Zeit investieren tatsächlich aber die sind schon ein bisschen gelevelt da werden wir eh keine Chance gegen haben ja hier ist halt auch schon der Zug abgefahren ne also ich meine guck was die ballern alles Fünfer soweit gelevelt wie es geht die haben wahrscheinlich schon äh sechs andere Fünfer auch noch soweit jetzt fehlen denen da halt die Aufstiegsmaterial ach guck mal hier Special schon auf zehn mhm ja zwei von fünf ja das sind da wahrscheinlich unterschiedliche äh unterschiedliches Tempo wie die Dinger hier gehen ja 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 Ori ist auch auch am Start der wird wieder zu uns zurückkommen ja hat da auch Bock zu ja Predator ja das sind halt alles die Leute mit äh massiv also da denkt man halt auch okay die ballern jetzt hier aber die ballern halt auch parallel in dem anderen Spiel ne ihr guckt es ist ja kein kein Wunder dass halt hier auch ähm zum größten Teil halt auch Leute da sind die man halt auch aus den anderen Leaderboards kennt und manche natürlich auch dabei sind die jetzt so ihre Chancen wittern ne ja ja das ist es ist faszinierend wir sind halt praktisch auch hier am Start im Endeffekt mit zwei Leuten in der in der Top 20 ne viele die man halt ach Clay ist auch hier ja starke Goon ja alle mit 5 Sterne ne und dann noch ein paar Vierer so dabei einmal Löwenherz ja wahrscheinlich gibt es auch manche die gesagt haben ich bin jetzt free to play ich gebe im Hauptspiel nichts mehr aus und die ballern jetzt hier das ist wahrscheinlich auch eine Möglichkeit mhm ja war wie gesagt mich juckt es bis jetzt null ich will nicht ausschließen dass es mich irgendwann vielleicht interessiert aber interessieren wird es mich nur dann irgendwann wenn es wirklich darauf hinaus läuft dass es auch Auswirkungen aufs andere Spiel hat dann werde ich wahrscheinlich dann doch mal hier und da gucken aber bis dahin werde ich irgendwann mal wenn ich wenn ich dran denke hier rein gehen ja was bauen jetzt sammle ich hier im Moment wie gesagt mit dem Fisch keine Ahnung wohin da bleibt er erstmal die Dinger werden hier voll laufen und dann ist das so ähm ja ich werde erstmal ausbauen vielleicht wenn ich dann auch noch irgendwann mal Lust habe weil das Ding ist auch hier die Kartenetappen gehen halt auch jetzt nicht mehr im Autoplay das heißt ich muss die aktiv spielen da habe ich auch keine Lust so wirklich zu ja ähm von daher ähm ja ja was ist hier okay gleiche Schmodder wie auf der anderen Seite sozusagen ja also wie gesagt jeder der darauf Bock hat gerne ja spielt es habt Spaß damit aber meins ist es wirklich nicht und ich habe keine Lust und Zeit äh mir das intensiver tatsächlich anzugucken das heißt es werden auch hier jetzt in dem Fall ähm der guckt mich an und der schläft ähm ich werde das nicht weiter verfolgen hier ja von daher ähm da werden jetzt keine Drachen Rankings kommen und Drachen Talks und hier und da und dort das wird nicht das wird nicht qualitativ ja sage ich mal so weil mir da der ganze Zusammenhang zu anderen Drachen fehlt ähm ich könnte jetzt sagen keine Ahnung hier äh er ist voll geil und in Wirklichkeit ist er aber der beschissenste 3 Sterne überhaupt weil wir andere 3 Sterne haben die ähm deutlich mehr heilen oder noch mehr irgendwas machen ne wie gesagt keine Zeit und ich glaube auch da war fester Überzeugung davon dass die anderen eigentlich hier alle in dem Leaderboard auch nicht so wirklich Zeit dafür haben die haben einfach nur das Geld und sind ähm und wollen was Neues so und dann wenn sie drüben alle Angebote aufgekauft haben kaufen sie hier weiter und machen ne also und daher äh ja ich glaube an dass die auch noch nicht wissen was jeder Held da so irgendwie kann die beschwören halt einfach haben dann Fünfer den machen sie so weit und denken schon ja gut okay Fünfer ist Fünfer das wird schon hinhauen ja am Anfang habe ich echt gedacht so ja da machst du auch so ein bisschen aber da war halt noch so die ähm stand es halt noch so im Raum dass es halt wirklich Auswirkungen auf das andere Spiel hat und da das jetzt erstmal nicht gegeben ist fehlt mir da halt echt echt die Motivation und auch die ähm der Gedanke wofür wofür mache ich das also wofür äh soll ich da jetzt was machen wenn ähm die Auswirkungen wenn es oder wenn es keine Auswirkungen hat ähm wahrscheinlich wird sich das ändern irgendwann klar aber so für jetzt ähm ja ich spiele so ein bisschen wenn ich eine Gratisbeschwörung kriege oder Gratisbeschwörung zusammengesammelt habe dann mache ich hier mit Silbermünzen was wir haben jetzt hier 53 aber äh wirklich hier beschwören werde ich nicht nein ah auch das wie gesagt will ich nicht ausschließen wenn es irgendwann äh äh mehr in den Fokus gerät äh vielleicht wenn sie merken dass die Drachen vielleicht nicht so laufen wie sie sich das vorgestellt haben dann bringen sie das eher irgendwie in das andere Spiel rein weil da machen wir uns nichts vor früher oder später wird es so wird es so sein weil wir entwickeln kein Spiel im Spiel nur damit es da ist das wird irgendeinen irgendeinen höheren Zweck erfüllen und dieser Zweck wird früher oder später kommen und dann sind halt wieder die Allianzen die jetzt sowieso schon oben sind ja also ich meine hunting ist auch oben aber wir reden von äh sehr weit entfernt oben es ist ja nicht nur oben ist ja nicht nur oben sondern ähm da gibt es ja auch 1 2 3 Allianzen die weit 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 entfernt von den anderen alle sind ja und ähm die werden es dann halt wieder unter sich aus machen das ist bin ich vollkommen im Reihen mit ja und wenn wir dann gegen die spielen dann kriegen wir halt so wie vorher auch schon die Hütte voll also da ändern sich ja nichts wirklich dran ne naja seht es entspannt hört nicht wegen dem hier mit dem anderen auf spielt einfach das andere und lass das hier so ein bisschen irgendwie nebenbei laufen ähm geht da mal rein wenn ihr Bock habt wenn nicht dann nicht ja also ich ich gehe immer mal wieder rein weil ich dann halt weiß äh da ist dann was fertig gebaut und ich hab noch immer einen zweiten Bauarbeiter das heißt ich mal wirklich eins nach dem anderen ähm das heißt wenn ich jetzt hier dann irgendwann hier sammle ich ja jetzt und die dauert einen Tag ja dann ähm wird das einen Tag laufen und einen Tag später gucke ich dann rein und dann mache ich das nächste also wirklich äh geht es gechillt dann gut ok das soll es gewesen sein vielleicht nicht das was der ein oder andere erhofft hat aber ey das ist wie es ist ne also von daher ähm meine Hilfe biete ich bei Lein und was auch immer an dann müsst ihr aber sagen ey wer ist denn besser der Drache mit Namen oder der Drache mit Namen dann kann ich nachgucken weil aus dem Kopf werde ich das werde ich die Drachen mir nicht merken können und habe auch keine Lust zu ja sonst kann ich dann natürlich gerne Feedback geben ähm auch für Neulinge von mir aus ne das ist ja ist ja auch äh ist ja auch immer ich versuche ja meine Videos immer so größtenteils auch auf Neulinge auszulegen aber ähm wenn ihr das jetzt seht ich hab mit der anderen Seite hier mit der Festung genug zu tun dann ist ich kann hier nicht auch noch was dann ähm weiß ich nicht müsste alles andere liegen bleiben und man müsste sich 24 Stunden mit diesem Spiel beschäftigen und das äh ist wahrlich nicht mein Lebensinhalt gut ok dann sehen wir uns im nächsten Video vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut ciao ciao so 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 so